Am 29. März 2022, in der Nacht zwischen 2 und 4 Uhr, hat unsere May fünf Mädchen geboren. Leider ist die zweite Welt bei der Geburt verstorben. Die anderen vier Mädchen sind jetzt bereits drei Tage alt und wohlauf. Wir sind dankbar und glücklich, dass sie sich so wunderbar entwickeln. Schlafen und essen ist der Lebensinhalt. Zum Teil haben sie ihr Geburtsgewicht bereits verdoppelt. May ist eine wunderbare Mutter und kümmert sich hervorragend um die Kleinen. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere doch den YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Deine Pia und dein Heinz. Tschüss. Musik 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 Amen.